Nach Herzob erwacht, Arnold Schwarzenegger ist zurück Jetzt gibt es endlich ein erstes offizielles Statement und Gesundheitssubdate von dem Sprecher des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien. Eigentlich galt er mit seinen 70 Jahren als topfit, nun bestätigte sein Manager Daniel Ketchel den Eingriff am Herzen mit einem Posting über aktuellen Gesundheitssystem. Doch Fans können offenbar aufatmen. So schrieb Daniel auf Twitter, Uptate, Schwarzenegger ist aufgewacht und seine ersten Worte waren Ich bin zurück, also ist er in einer guten Verfassung. Daniel Ketchel stellte weiterhin klar, dass es sich nicht wie einige US-Medien berichteten um eine Notob, sondern um einen geplanten Eingriff handelte, eine Pulmonalklappe wurde demnach ersetzt. Aufgrund eines angeborenen Herzfehlers musste sich bereits 1997 für ein passendes Ersatzventil unters Messer legen, das nun erneuert werden musste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.